Okay. 31 Prozent. Ziel bestätigt. Ziel steht noch. Ähm. 63 Prozent. 50 Prozent. Und 55 Prozent. Welch mit ihm. Auch der ist geschüchtert. Ziel bestätigt. Nee, du warst nicht getroffen worden. So, ich muss gerade hier vor. Und Feldposten. Volle Deckung und Feldposten. Wenn du gehst hier vorne und machst Feldposten. Aber wie. Ich hab's Uko immer noch nicht erreicht. Wo auch immer das steht. Ah, da. Fällt mir ein. Ich hab, glaub ich, niemanden dabei. Der einen Pulsbogen hat. Von wegen, äh, Betäuben von diesem einen Viech da. Oder hatte ich das schon? Ah, ich weiß es gar nicht. Das ist halt immer das Problem. Weil man spätabends spielt. Und ein bisschen müde ist dabei. So. Was hast du für Möglichkeiten? Zieh doch mal hier oben Stellung. Wenn du nix siehst, lad doch mal nach. Los jetzt! Du gehst auf jeden Fall hoch. Und machst da den Feldposten. Und nächste Runde wechselst du auf die andere Waffe. So. Du bist im Sturm. Also spür mal. Okay. Okay. Auch du lädst deine Waffe nach. Bin wieder da. Ähm. Du snipest mal hier vor. Und lädst deine Waffe nach. Wieder am Start. Du stürmst hier vor. Und ihr werdet es schon erratet haben. Erratet. Erraten. Haben. Los jetzt! Erraten. Haben. So. Monsieur Schwer. Geht noch eins weiter nach vorne. Weil er es kann. Feldposten. Äh, hier ist der Dingels. Und schalten. Feldposten. 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 Da draußen ist irgendwas. Okay. Hört sich auf jeden Fall schon mal ziemlich haarig an. Nicht mehr klar, wie die Müdigkeit kommt, obwohl ich hier voll angespannt bin. Oder vielleicht gerade weil. Ich werde es doch noch hinkriegen. Ich werde es doch noch hinkriegen. Ich bin schon weit. Ah, hat er toll hingekriegt. Achso. Ähm. Der Unterstützer. Der Unterstützer, der sich hier hinzubeziehen. Der Posten. So. Verpflichtet. Ich bin schon wieder um. Bösen. Das ist echt fürchterlich. Ich glaube, ich sollte das nicht mehr abends machen. Ihr werdet euch sicherlich fragen, wie kann man bei so einem Spiel müde werden? Engelullt werden? Ich kann das. So. Der hat mal gesagt, der bleibt, wo er ist. So. Du auch. Ich bin jetzt halt extrem vorsichtig, weil ich möchte halt nicht noch mal alles neu machen müssen. Und so. Jetzt noch mal F10. Du auch. Irgendwann wird uns schon ein Ende vor die Linse laufen. Ich glaube nicht, dass wir hier allein sind. Da wir jetzt gespeichert haben, ist das ein bisschen inklusive vor. Was war das für ein Geräusch? So. Stell schon mal auf die Pistole um. Hier drinnen brauchst du das Snipergewehr nicht. Er wird über hier drüben eindrängen. Sehr schön. Sanitür. Gut, komm. Geh auch auf die. Was brauchen wir hier draußen? Muss ich auch. Ich meine, hier neben ist eine Rampe, aber du kannst auch da ganz galant runterspringen. Das ist natürlich auch eine coole Sache. Scheiß, die Wand lang ist die Kuh. Wenn wir deine Trampel jetzt nicht gehört haben, sind es wohl Taube-Aliens. F-10. So, mal hier hinten dran schauen. Das scheint die Hauptenergiequelle des Raumschiffs zu sein. Ich kann mir nur vage vorstellen, wie viel Energie benötigt wird, ein Schiff dieser Größe anzutreiben. Ich würde aufpassen, wohin ich dort unten schieße. Dieses Teil könnte extrem explosiv sein. Ja, das könnte es. Vielleicht sollten wir das nicht zerstören. So. Ah, ja. Genau, da hinten in die Ecke stellen und abwarten. Hier vorne hinstellen und abwarten. Ähm. Hier mal durchtreten. Damit habe ich nicht gerechnet. Und jetzt müssen wir mal gucken. Keine Bewegungspunkte mehr. Das ist natürlich auch... Und die halten sich natürlich hinter...